Willkommen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Freunde, heute haben wir keine Zeit für langweilige Interests, denn es geht um deine und meine Zukunft. Wir werden uns heute mit den potenziellen Vorteilen und Anwendungen dieser neuen Technologie befassen und anfangen werden wir mit JetGPT und folgenden Fragen. Erstens, was ist möglich? Zweitens, was kann JetGPT? Drittens, wie kann ich diese Technologie für mich persönlich nutzen? Und viertens, welche Gefahren entstehen für uns Menschen dadurch? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt in diesem Video. JetGPT wird verwendet für Chatbots, Textgenerierung, Übersetzungen, Zusammenfassungen und viele andere Anwendungen im Bereich der KI. Etwas genaues gedrückt ist JetGPT ein fortgeschrittenes Modell für maschinelles Schreiben und Textgenerierung, das auf einer großen Menge an Texten trainiert wurde und ist eins von mehreren Projekten, die OpenAI ins Leben gerufen hat. OpenAI ist eine gemeinnützige Forschungsorganisation für künstliche Intelligenz, die im Dezember 2015 unter anderem von Elon Musk, Sam Altman und zwei weiteren gegründet wurde. Das Ziel von OpenAI ist es, künstliche Intelligenz zum Nutzen aller zu entwickeln und zu verbreiten. Wie viel vom ursprünglichen Ziel noch vorhanden ist, kann ich euch leider nicht sagen. Aber die Tatsache, dass Microsoft einen Haufen Geld in dieses Unternehmen kommt, lässt mich daran zweifeln, dass OpenAI weiterhin ein Non-Profit-Unternehmen bleibt. Aber jetzt nochmal zu der Frage, wie kann ich diese Technologie für mich nutzen? Dieses Tool ist in der Lage, aus einem Durchschnittsbürger wie diesem hier, einen intellektuellen und kompetenten Besserwissen, ja fast schon ein halbes Genie aus dir zu machen. Ich sag's euch, Freunde, die Möglichkeiten sind enorm. Und wenn man sich die anderen Nutzer anguckt, dann geht es hauptsächlich darum, wie kann ich mit JetGPT Geld verdienen? Das Internet ist voll mit Ideen, wie man mit künstlicher Intelligenz Cash verdienen kann. Aber Achtung, die rechtlichen Grundlagen sind noch nicht final geklärt. Und die können von Land zu Land voneinander abweichen. Das heißt, was in Amerika erlaubt ist, muss noch lange nicht in Deutschland erlaubt sein. Und umgekehrt. Also passt auf, wenn ihr KI-basierte Inhalte erstellt. So, gehen wir mal rein. Zuerst loggt ihr euch ein. Am einfachsten geht das über ein Google-Konto, was die meisten von euch sicherlich schon haben. Wenn man dann endlich eingeloggt ist, dann stellt man sich selbst die Frage, was soll ich JetGPT fragen? Und möchte ihm die alles entscheidende Frage stellen. Die eine Frage, die das Leben aller verändern könnte. JetGPT, who is your favorite user around the world? Ja gut, Spaß beiseite. Für einen Ego-Booster hat es jetzt leider nicht gereicht. Fangen wir mal mit etwas Leichtem an. Was bist du? Ich bin JetGPT, ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, der von OpenAI trainiert wurde. Ich bin hier, um Ihnen bei Fragen oder Problemen zu helfen. Okay, dann probieren wir mal, ob eine künstliche Intelligenz auch darauf antworten kann. Erstelle mir einen Trainingsplan für maximalen Muskelaufbau. Hier ist ein Beispiel für einen Trainingsplan für maximalen Muskelaufbau. Und was erstellt er mir? Tatsächlich ein Trainingsplan für eine ganze Woche. Und hier haut er mir sogar einen Montag, Dienstag, Mittwoch ist Ruhetag, Donnerstag und Freitag, Samstag, Sonntag, Ruhetag ein Vierer-Split raus. Ist jetzt nicht der perfekte Trainingsplan für einen Anfänger. Aber für jemand, der schon ein bisschen länger trainiert und auch die nötige Zeit mitbringt für sein Hobby, ist dieser Trainingsplan, denke ich, gar nicht mal so schlecht. Mich würde interessieren, was ein Coach Seth oder Sascha Huber zu dem Trainingsplan sagen würde. Also, falls irgendein Fitness-Youtuber da draußen dieses Video sieht, ihr dürft es gerne kommentieren oder ein Review dazu machen. So, was gibt es noch für Alltagsschwierigkeiten? Ah, ich weiß was. Angenommen, ihr hattet keine Zeit zum Einkaufen. Vielleicht kriegt ihr gerade noch so drei Zutaten zusammen. Sagen wir mal Zwiebel, Brot und irgendwas, was jetzt nicht unbedingt dazu passt. Ein Apfel. Und schauen wir mal, was für eine Rezeptidee uns JetGPT hier empfiehlt. Mit diesen drei Zutaten kannst du ein geröstetes Brot mit Apfel, Zwiebel, Marmelade zubereiten. Hier ist ein einfaches Rezept. Hm, okay. Ich weiß nicht wirklich, ob das sich so lecker anhört, aber schauen wir mal. Zutaten, eine große Zwiebel, vier Scheiben Brot und ein Apfel. Und sogar eine Zubereitung. Okay, also Ideen hat unser JetBot auf jeden Fall. Okay, aber ich hätte gern irgendwas, was ein bisschen schwieriger ist. Irgendetwas, wodurch wir mehr Zeitersparnis haben. Hm, irgendwas, was wir nicht so gerne machen. Ah ja, Bewerbung schreiben. Wer kennt's nicht? Schreibe mir eine Bewerbung. Ich habe jetzt tatsächlich im Internet nach einer Stelle gesucht. Im Einzelhandel. Teilzeit 60 bis 75 Prozent. Und eine kleine Beschreibung der Aufgaben, die man dort hätte. Schauen wir mal, was JetGPT uns hier schreibt. Sehr geehrte Damen und Herren. Wenn ich ihn grüßen, Name. Also auf jeden Fall eine super Vorlage für eine Bewerbung. So, aber das ist noch nicht alles. JetGPT kann noch viel mehr. Dieses Tool ist sogar in der Lage, Codes zu generieren. Und wird auch jetzt schon von vielen Informatikern eingesetzt, um bestimmte Abschnitte im Quellcode zu prüfen und wenn nötig auch zu korrigieren. Wir fragen JetGPT, ob er uns ein HTML-File erstellen kann für ein klitzekleines Spiel, das wir im Anschluss dann noch testen wollen und lassen ihn da komplett freie Wahl. Und los. Hier ist ein HTML-Code für ein einfaches Spiel. Jetzt kopieren wir diesen Abschnitt, erstellen uns ein Textdokument, fügen diesen Abschnitt ein und ändern die Ändung dieses Dokuments von Text auf HTML. Jetzt öffnen wir das Spiel und hier können wir jetzt einfach irgendeine Zahl eintippen, von 1 bis 10. Und dadurch können wir versuchen, die Zahl, die schon vorher definiert wurde, per Zufallsgenerator zu erraten. Wir bleiben jetzt einfach mal ganz stur bei der 4. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Ja, jetzt haben wir es. Ja, also für die paar Minuten kann man sich auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen mit diesem Spiel. Jetzt will ich aber irgendwas Komplizierteres. Und diesmal versuchen wir zu definieren, was wir uns von JetGPT wünschen. Auch hier macht er sich gleich an die Arbeit. Und auch hier ist es genau der gleiche Ablauf. Wir erstellen uns eine Textdatei, also ein Textdokument. In diesem Fall überschreiben wir einfach das alte Textdokument, fügen den Code ein, weichern es ab und ändern die Endung dieses Dokuments von Text auf HTML wieder. Und wie ihr sehen könnt, haben wir ein Snake-ähnliches Spiel. Die etwas ältere Generation von euch wird dieses Spiel noch kennen. Das ist noch nicht komplett fertig. Und man hat hier auch interessante Möglichkeiten. Man kann nämlich einfach die Richtung komplett in den Gegengesetzten Richtung ändern. Und wir können sogar hier aus dem Rahmen raus. Ja, natürlich kann man jetzt JetGPT noch weitere Anweisungen geben, dass er das Spiel noch genauer definiert. Und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird er es am Ende auch genauso hinbekommen, wie wir es uns vorstellen. Aber wir haben noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen würde. Und zwar, was auch richtig hilfreich sein kann, ist eine Zusammenfassung. Also lassen wir uns jetzt mal eine Zusammenfassung erstellen von einem der Ex-Gründer, Elon Musk. Und dazu suchen wir uns die Wikipedia-Seite raus, kopieren uns die URL und fügen sie hier ein. Somit prüft JetGPT diesen Wikipedia-Eintrag selbst und macht uns eine Zusammenfassung. Und auch hier, wie konnte man es anders erwarten, liefert uns JetGPT zuverlässig die Informationen, die wir von ihm haben wollten. Nachteile durch KI Neue Generationen werden keine Bücher mehr lesen. Wozu denn auch? Denn sie können sich einfach die Bücher zusammenfassen lassen. Talente gehen verloren. Problemlösungsprozesse gehen verloren. Ich meine, wer braucht schon noch Brainstorming, wenn man JetGPT hat? Und allgemein werden wir uns viele Sachen gar nicht mehr merken brauchen. Gedichte, Lieder, all das, was unsere Großväter und Großeltern noch konnten, bis ins hohe Alter und wir jetzt schon nicht mehr können, wird in der nächsten Generation wahrscheinlich noch schlimmer sein. Was man noch erwähnen sollte, JetGPT mit all seinen Möglichkeiten ist natürlich ein wahrer Albtraum für Lehrer und wahrscheinlich auch für Künstler. Was man noch betonen sollte, ist, dass Elon Musk, einer der Ex-Gründer, gesagt hat, dass eine KI gefährlicher ist als Atomwaffen. Unsere Gesellschaft wird sich definitiv in den nächsten Jahren Gedanken machen müssen, wie wir mit dieser neuen Technologie umgehen. Die Frage, die wir uns in Zukunft sicherlich auch stellen müssen, ist, wie viel Sinn macht überhaupt noch eine Doktorarbeit, eine Prüfung oder ein Zeugnis? Was sagt ein Stück Papier überhaupt noch über unsere Leistung aus? Und ist es überhaupt unsere Leistung? Oder war es die Leistung der künstlichen Intelligenz? Wenn diese Technologie der Mehrheit zu wenig gemacht wird, werden wir als Gesellschaft in einigen Dingen umdenken müssen. Ja, vielleicht müssen wir sogar das ganze Bildungssystem an diese Technologie anpassen. Eine Frage, die auch noch geklärt werden müsste. Welche Auswirkungen hat es auf unser neuronales Netz, wenn wir in Zukunft mehr mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren als mit einem Menschen? Wird sich die Art unserer Kommunikation verändern? Müssen wir dann überhaupt noch sowas wie das Sender- und Empfängermodell beachten? Ich meine, hier gibt es keine Beziehungsebene mehr, nur die ganze Kommunikation läuft nur noch über die Sachebene. Naja, aber vielleicht bin ich da auch einfach nur zu weit mit den Gedanken. Wir werden sehen. Doch auch JetGPT hat so seine Schwächen. Und manchmal gibt es sogar richtig schlechte, ja beinahe schon lebensgefährliche Abschläge. Was ich damit meine, seht ihr dann im nächsten Teil. JetGPT vs. Me. Zum Abschluss möchte ich noch betonen, dass JetGPT ein mächtiges Sprachmodell ist, was in vielen Bereichen eine wertvolle Ressource sein kann. Ihr habt es schon selbst gesehen. Die Möglichkeiten sind wirklich enorm. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass JetGPT kein echtes Verständnis hat und möglicherweise von Fehlern beeinträchtigt wird. JetGPT sollte als Werkzeug beachtet werden oder als eine Art Assistent. Wir als Nutzer sind jedoch verpflichtet, den Inhalt von JetGPT zu prüfen und wenn nötig zu korrigieren, damit wir das beste Ergebnis erzielen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Like da und wenn euch auch interessiert, ob JetGPT meine Arbeit besser kann als ich, dann lasst mir ein Abo da. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Ausprobieren und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.